Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlichst geherzt hier im zweiten Teil meines Let's Plays für die Xe 1er, also Xbox 1, dass man so richtig verstehen hier. Äh, ja, wie geht's weiter? Ich hab da so einen Fighter kreiert, das könnt ihr jetzt gleich mal sehen hier. Und zwar, das bin ich es. Moment, äh. Ja, jetzt ist Zeit zum Schmusen so ein bisschen, ne? Wie es aussieht. Was macht der jetzt da? Hallo? Was hat er denn? Ja, was muss ich jetzt da? Hallo, was soll ich jetzt da machen? Mensch, hallo? Jetzt hört doch auf, Mensch, ihr könnt doch später schmusen, wenn ich fertig bin hier mit diesem Let's Play Mensch. Oh Mann! Moment, was steht jetzt da eigentlich? Ja, 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 jetzt störe ich mich selber schon wieder. Moment, ist das doof, echt? Was ist jetzt los? Hallo? Weiter. Ah, muss ich das machen? Ich möchte so gerne gleich die Gesichtsschlägerei beginnen hier. L und vier. Au, jaja, okay. L, t, a. Aha. Wow. Au, jaja. Pff, mhm. Boah. Au, jaja. Ja, wie man sieht, der hübsche junge Mann da mit diesem lila Bart, das soll Ickes sein. Äh. Er ist auch so schön plautzig wie ich. Moment. Äh, ja. Da hätte ich noch mal. Bitte. L, a. L, a, oi, oi, oi. L, y, no, that's L, y, so. Achso, L, t. Ja, sorry. Gürtel errungen, violett. Kombos erfolgreich abgeschlossen. 6 von 10. Ja, gut. Okay. Ja, äh, wenn sich der ein oder andere fragt, warum diese komische Lala im Hintergrund läuft, das kann ich euch ganz einfach sagen, weil ich hätte gern die Soundeffekte hergenommen vom Spiel, aber das geht leider irgendwie nicht. Ich hab jetzt nicht herausgefunden, wie man die, äh, die Spielemusik deaktiviert und einfach nur Soundeffekte laufen lässt. Das ist irgendwie in sich gekoppelt. Du kannst irgendwie nur Soundeffekt laut, Musik leise, Musik laut, Soundeffekt leise einstellen, also ganz komisch. Ich hab das nicht herausgefunden. Was muss ich jetzt ja nicht machen hier? Muss ich denn jetzt Gesicht schlägern, oder was? Ah, was hast du denn jetzt? Komm. Erzähl jetzt, dass sie werden. Hallo. Ja, komm, mach doch was. Ja, genau, jetzt komm, jetzt mach auch schön. Mach doch was. Ja, genau. Ach, komm, mach jetzt mal hier so ein bisschen Positionwechsel. Genau, komm, komm, grebeln und jetzt auch schön in die Esse hauen. Komm, so ein bisschen. Mensch. Was machst du jetzt da? Ja, genau, so schön. Oh, ja, 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 ja. Hau mal du rein hier, Mensch. Oh. Boah. Ja, genau, so, jetzt, so kann man das auch machen. Moment. Jetzt komm, lass dich doch nicht immer so begrebeln hier, Mensch. Genau, jetzt, komm, schön. Ich will jetzt da was sehen, hier. Was hat denn das? Haben wir die Statistik noch ansehen? Äh, ja, Dave King, ja. Ach so, der Joey Adams, der hat gewonnen, oder was? Ja, super. Meine Jutta, was heißt mir jetzt das? So, und jetzt? Nee, zurück zum Jim. Nein, ich will auch keine Karrieten. Ach so. Leute, jetzt muss ich mich mal so ein bisschen hier wegmachen. Moment. Auf die andere Seite, besser gesagt, ne? Nee, wow, wow. Ja, genau, so, schaut das gut aus. Moment, so läuft das nicht. Wow. Haha. Hallo. Ja, sorry. Moment. So, ich glaube, so sieht das Ganze sehr akzeptabel aus. Und jetzt? Ja, ist er, schön grebeln, genau. Hopp, 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 hopp. Jetzt er, genau, hau. Moment, schön auf die Isse, so ein bisschen kloppen. Aha. Ach so, Ler, das ist ja, mach was. Komm, super, Jutta. Schön, Jutta, genau. Und, was sagt er mir jetzt? Wow, super. Ich hab da voll, äh, schwarzen Gürteln und so gekriegt, ne? Weiter. Ach, wisst ihr was, ich tue immer noch ein bisschen mehr auf die Seite, weil irgendwie störe ich mich jetzt da selber, merke ich gerade eben. Sorry, so können wir das lassen, ne? Haha. Ach ja, was muss ich jetzt machen, hier? Was, was, was? Was? Worum geht's jetzt hier eigentlich? Das hab ich jetzt nicht gecheckt, Leute. Aber ich hab gewonnen, super. Keine Ahnung. So, Jutta. Halte. Das gibt's doch nicht, die Irgernweh. Jetzt muss ich mich schon wieder auf die andere Seite tun, Mensch. So, Jutta. Also, Rw und, aha, okay, gut, mach ich mal. Äh, ja, komm. Äh, was heißt sie jetzt? Weiß. Ich kapiere das jetzt nicht. Gürtel weiß. Okay. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis meine Xe fertig geladen hat, ja. So. So, jetzt komm, komm, komm. Nein, komm. Kannst du nicht mal so ein bisschen gröppeln hier, Mensch? Genau, yeah, super. Jetzt hauen sie es schön in die Esse, Mensch. Der braucht das. Genau, so mag ich das. Genau, jetzt komm. Schön, haha. Klöppel ihn mal so schön in die Esse. Der will das. Jetzt komm, nicht schmusen hier. Ich will hier was sehen. Genau, haha. So, jetzt komm, 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 komm. Steh auf, steh auf, Dave. Genau, Dave. Komm, steh doch auf. Was macht dir denn da? Oh, Mann. Bei denen geht es wild zur Sache. Was muss ich jetzt noch machen? Aha. Sagt mir jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht verstanden, Leute. Muss ich ganz ehrlich jetzt zugeben, da bin ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Weißt du, was? Ich glaube, am besten ist es jetzt momentan, wenn ich mich da so ein bisschen hoch mache. Oh, ho, 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 hallo. Ja, weil dann unten, weil da unten steht ja alles, ne? Aber, wenn, wenn ich mit meiner Visage da unten stehe, siehst du ja nichts. Kannst du ja nichts erkennen. Ja, ja, komm. Bitte nicht mich ständig nur fertig machen, sondern ich will... Was ist jetzt? Hä? Weiter. Was ist jetzt? Lass mich raus aus dem Käfig. Ich will los. Komm, 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 komm. Also jetzt weiß ich, ohne was die Sache ist, ne? Aber meine X, die braucht heute ein bisschen länger, glaub ich. Ja. So. Du, ich könnte mich so ein bisschen kleiner machen, weil irgendwie störe ich jetzt so merke ich gerade. Ja, genau, das reicht vollkommen. Okay. So. Was sagt mir jetzt, als darf ich jetzt da eigentlich so... Ah, das bin ja ich. Ja, schön. Ah, ha, ha. Geh nach einem schönen Jesse, immerhin Jesse. Der Bruch, dit. Ja, ge- Ah, ha, ha. Schön begrabbeln, komm. Ich begrabbel ihn doch mal. Jetzt. Hör doch auf, bitte. Genau. Hau mal so ein bisschen rein hier. Hm. Genau, machen wir schon Positionwechsel. Hallo. Hallo. Können wir da bitte was machen? So, jetzt, genau. Und? Genau, jetzt, komm, 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 komm. Jetzt, komm, schmeiß ihn doch rum, Mensch. Oh, Mann, hau doch. Ach, der ist wieder heute auf Schmuse. Kurset, die wird doch nicht, Mensch. Okay, was machst du denn da? So, komm. Jetzt, komm, Pizza-Plauze, Pizza-Plauze, Pizza-Plauze. Der andere filmt da hinten. Ich glaube, dann wird noch eine Liebeskomödie. Ich sag gleich, was ist denn da los? Jetzt kannst du nicht mal dich da abschütteln, so ein bisschen, Mensch. Ach, Mann. Komm, Pizza-Plauze, haut drauf. Komm, winde dich doch mal so ein bisschen raus. Ja. Bitte. Jetzt, genau, hau ich mich schon noch ein bisschen auf den Körpers. Verbruch dich doch. Mann. Genau, Hand auf den Körpers. Körpers. Bitte. Jetzt, warum kannst du nicht mit dem Knie hauen? Also, ich will jetzt nicht sagen, das sieht mir schon ein bisschen blöd aus. So, jetzt. Genau. So, jetzt, komm. Schön die Esse schützen. Und. Genau, schön. Komm, haut drauf, haut drauf. Pizza-Plauze. Pizza-Plauze. Komm. Jetzt, und schön. In die Plauze. Ins Kiefer, hopp. Äh, in den Kiefer. Kann ja gar nicht mehr reden hier. Verlauter. Oh, nein. Genau, steh auf. Komm. Genau, haut drauf. Haut drauf. Pizza-Plauze. Pizza-Plauze. Komm. Oh, Mann. Das geht immer so brutal hier zur Sache. Ja, furchtbar. Ich komm, steh auf. Komm, 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 jetzt. Bring dich doch mal hier raus so ein bisschen. Komm. Jetzt, genau. Hopp. Haut drauf. Haut drauf. Haut drauf. Hau ihm doch auf die Esse, Mensch. Der braucht es doch. Genau. Schön. Ins Gesicht hauen. Genau. Was denn? Achso, Rundenwechsel. Wie sagt man dazu? So. Mittagspause, ne? Ne, Ultimit. Ah, ja, okay, weiter geht's. So, jetzt komm, 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 komm. Jetzt schön. Jetzt hauen wir in die Esse. Hau in die Esse. In die Esse, hopp. Komm, 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 komm. Jetzt, komm, hopp. Hopp. Immer schön in die Esse. Hopp. Oh, schön. Lass ihn doch nicht das durchgehen, Mensch. Bring ihn doch endlich zum Voll, Mensch, bitte. Genau. Schön in die Esse, Mensch. Ja, man sieht sofort, ich bin da so ein bisschen moppelig, ne? Ich kann da nicht viel machen. Jetzt, genau. Oh, wow, 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 wow. Dave, du musst dich bisschen so regenerieren, pass auf. Nein, 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 komm, 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 komm. Das wollen wir nicht. Jetzt hauen wir in die Fresse. Äh, Esse, Entschuldigung. In die Esse. Komm, 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 Dave, bitte. Steh auf, steh auf, genau, super. Jetzt, genau, und schön nochmal. Ah, ja, super, komm. In die Esse, in die Esse. Genau, jetzt, komm, bringen ihn doch endlich mal zum Voll. Ach, nee. Jetzt, komm, 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 komm. Nein, nein, lass ihn doch. Und nochmal, 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 nein, jetzt, komm. Jetzt, genau, schön. In die Esse, Mensch, komm, bitte. Ja. Jetzt, genau, schön in die Esse. Komm, haut drauf. Hau ihm drauf, Mensch, auf die Esse. Genau, nein. Komm, bitte. Mensch, Dave, komm. Komm. Hau drauf, immerhin schön in die Esse, komm. Genau, jetzt ein bisschen Luft schnappen und voll auf die Esse, komm. Und jetzt, nochmal, nochmal, der braucht doch nicht mehr viel. Komm. Jetzt, komm, jetzt, schön, komm. Genau, nochmal, komm, komm. Das wird jetzt eine sehr, sehr unangenehme Geschichte hier. Oh, ja, 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 ja furchtbar Leute, schlimm ich sag's das, ja da tockle ich noch so ein bisschen iso, uuuuh... Da tockelt auch, wa, was ist das? NEIN, warum habe ich verloren, natürlich Rückkampf... Meine Jutta, was soll das? ok moment mal leute stimmt hier nicht mein monitor er zeigte mir alle so krisselig an die quesitze und ob das jetzt normal ist oder nee oder wie oder was meine jutta jetzt habe ich bloß dass mein computer monitor hier nicht so ein bisschen abspacken und fängt jeder krisselt immer noch nicht gut so jetzt schön genau immer auf die esse auf die sd genau kommt so ein bisschen ins gesicht genau so jetzt kommt schön hüte dich so ein bisschen genau jetzt genau kommen kommen schmeißig um so und jetzt mal was daraus bitte kommen genau nein 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 das wollen wir nicht so kommen kommen genau jetzt komm 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 die mitte steht doch auf mensch genau haut drauf halben die esse mensch jetzt kommt bitte nicht schon wieder hinlegen mensch du bist doch ein dödel echt dave bitte steht doch auf steht doch auf mensch kommt genau jetzt kommt drück hinweg so jetzt endlich was ist das jetzt ja genau schön genau schön ankläppeln komm 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 pizza blaute pizza blaute pizza blaute ich komme so ein bisschen ins gesicht genau nur ein bisschen bisschen kommt genau schön pass auf dich auf genau hast dich gut erholt und jetzt kommt so ein bisschen ins gesicht ja genau so ein bisschen in die esse siehst du dass er so anständig erwartet auch noch wenigstens dass er zuhauen kann es kommt und ein dave bitte nicht ach dave mensch das wird gar nicht gut das sieht schlecht für dich aus ich ja genau jetzt noch mal schön platsch dann sieht einfach nicht gut aus man soll ich noch mal noch mal ja jetzt kommt springt kommen der chance der chance kommt er ich bitte genau schön noch die erste haupt drauf jawohl also hüte dich so ein bisschen genau schön genau drauf und noch mal so schön mal kommen 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 genauso ein bisschen die esse kommen jetzt ja jetzt genau schön in dieser haupt jetzt kommen mann 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 komm 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 bitte batel doch schon darum dass du endlich k.o. haust mensch komm ja genau schöne diesse immer in die esse esse ob genau schönen koppers koppers genau noch mal koppers jetzt geht zurück kommt ich bitte schon mal du wackelst doch schon so sehr soja wird schon ein bisschen was warum der bettelt doch schon so darum mensch warum erlöst du ihn denn nicht endlich schau ihn dir doch an der kennt sich doch gar nicht mehr aus der arme einfach nur immer reinhauen hier genau macht dich frei kommen befreit sich doch mensch aus dieser unguten situation die tut er nicht gut glaubt mir mensch was ist das was ist das für ein schwackes mensch kommen jetzt kommen wir haben drauf haut drauf mensch genau so jetzt kommen willst du kriegst es genau du kriegst es jetzt kommt so jetzt kommen und nein der mensch kommt genau schön abwehren kommen leute 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 ich glaube das sieht schon wieder nicht gut für mich aus da und du hast den kampf verloren das gibt es doch nicht bin ich öfter hingefallen oder er naja ich hätte gesagt in kampf machen wir noch muss sein noch leute ich sag's euch naja angeblich bin ich jünger als er wenn sie aus wie sein vater so jetzt kommt genau schön in die esser und kommen jetzt kommt und noch mal und noch mal ob bitte genau geben schön paar haken mit der bruch die doch mensch der arme ja der hat gesessen ist dieser fuß haken der hat so gesessen genau haben schön immer auf die esse immer auf die esse hauen immer auf die esse ich sagte ich kann sie nicht oft genug wiederholen leute immer auf die esse hauen ich habe gewonnen leute endlich der war präzise genau in die esse mit fuß wahnsinn endlich schön hier fällt achtung nochmal die wiederholung und super leute ja gut dann würde ich was wir machen jetzt an dieser stelle in klären kann und sehen uns dann hoffentlich bald wieder wenn euch das video gefallen hat dann dürfte mich gern abonniert und klick drücken wieder nicht vergessen wenn ich meine nachricht zumal wieder hochgeladen habe ja so zeug ich deinen freunden ich könnte jetzt irgendwie veröffentlichen glaube ich wie das geht habe ich mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt keine ahnung ja auf jeden fall hat dave die pizzaplauze gewonnen hoch die plauze ja schön ja gut leute wie gesagt dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder tut mir einen gefallen bleibt anständig und vor allem sauber ja hässer gut-danker bis bald Bis zum nächsten Mal!